Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. Die guckt schon ganz misstrauisch. So wird es kommen. Ja, ich bin bereit. Küss meine Titten, Biss! Bin ich in der Stimmung. Ja, das ist schon eine ganz abgefahrene Welt hier, oder? Junge, 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 Junge. Das ist ein Auto, echt. Sag mir doch einfach die Wahrheit. Hab ich gerade. Ach, jetzt ist mir beschissen. Ich muss den Pegel halten. Naja, bin schon dabei. Die sind doch alle in ihrer Welt hier. No life. Man setzt sich hier manchmal so hin und träucht manchmal. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Dankeschön. Na, willst du das nicht mitnehmen? Nimm es mit. Rubbelloser. Na, da ohne würde er nicht gehen. So, Heilung können wir mal, Jutty, brauchen. Da truckelt hier ein bisschen. Entschuldigung. Okay, wir sind jetzt wieder hier. Dann können wir ja rausgehen. Dann können wir ja hier wieder rausgehen, Malachjord. Nee. Ja. Geht nicht. Oh, Entschuldigung. Dann komm mal rein. Wie, rein? Ich bin doch gerade erst rausgekommen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Mit der Militech-Agentin. Okay. Dann werden wir uns mal da hinbegeben. Dieser Verkehr hier ist einfach nur abratig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Warum werden wir angegriffen? Was habe ich getan? Ich habe mir doch gar nichts getan. Junge, fahr doch einfach weiter, du dämliche. Wie sagt er, der Verkehr ist hier einfach scheiße. Und mit dem Auto hier rumfahren ist einfach bloß Stuhle. Macht keinen Spaß. Deswegen fahre ich hier gerne mit Moped umher. Und wenn wir ein Moped haben, dann fahren wir nur noch Moped. Wir werden auch keine Autos suchen oder sowas. Habe ich auch im Hauptspiel nie gemacht. Auch, denke ich. Ein paar Autos hat man so gefunden, aber mit denen noch mache ich sie nie. Jedenfalls nicht die, die man hätte mitnehmen können. Nee, warum rast er denn jetzt so? Ja, verpiss dich doch. Du hast doch mit dem Moped viel mehr Freiheiten, finde ich. Junge hier, mitten dem... Nirgendwo. Hey, ich bin's. Der Typ mit... Du weißt schon. Der mit dem Schwanz im Spitzer. Ja, genau. Wollte nur kurz Bescheid sagen, dass ich dir das Geld überwiesen habe. Und? Konnten sie dein... Ähm... Dein Teil, du weißt schon, retten? So gut sie konnten und... Wenigstens sind die Schmerzen weg. Egal. Sobald alles verheilt ist, besorg ich mir ein besseres Modell. Einfach mal einen neuen Dödel geholt, wirst du so... Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Das war ich. Du Schlampe, denkst du kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Erruhige dich, verdammt! Ich will nur reden. Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig! Jetzt beantwortest du meine Fragen. Wahrheitsgemäß. Direkt. Bist du alleine hier? Ja. Ja. Nur ich ganz alleine. Es ist wahr. Geht nachsehen. Sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Den Typ? Hab ich noch nie gesehen. Ist wahr. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen. Aber ich will ne Gegenleistung. Hm. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen! Lass mich sofort gehen, sonst... Oh... Die könnt ihr loslassen. Will wissen, was sie zu sagen hat. Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine scheiß Fresse. Was willst du? Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot kriege, zeige ich ihn die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnt ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten ne Bezahlung. Wäre also auch ne Möglichkeit. Hm, gut. Zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Klingt zumutbar. Bin dabei. Manche Splitter, die du in der Welt findest, enthalten hinter Datenverschlüsselung verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihn später im Tab Splitter in deinem Journal im Hauptmenü auswählen. Wähle dann Sicherheit hacken, um an die Geheimnisse des Splitters zu gelangen. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Aber versuch mich zu ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Du hast einen Fehler. Die Schlappe ist schon so gut wie tot. Und sie wird nicht mit runter heißen. Meine Güte, ja. Was ist denn hier los? Was ist denn da hinten? Jetzt bin ich natürlich neugierig. Gibt das hier was? Nee, gibt das nischt. Komm mal hier raus. Junge, Alter. Bruder, fahr mal vernünftig. Alles gut. Alles gut. Weg hier. Wieso liegt hier ne Leiche? Huuu. 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 Nein. Verdammt, ich bin tot. Mann, so schnell konnte ich jetzt auch nicht. Aber wir sind hier, glaube ich, hier vor Ort, oder? Warte mal, eigentlich. Moment. Ich weiß aber nicht, wohin mit meinem scheiß Controller hier. Du bist schon so gut wie tot. Und sie wird nicht mit runter heißen. So, wir gehen jetzt nochmal hin hier. Ich will da hochgucken. Ich will wissen, ich war da noch nie. Vorhin in der Sonne. Ich war da noch nie. So, wir speichern mal vorher hier ab. So, jetzt machen wir mal folgendes. Okay, da ist irgendwas. Das ist ein Ding. Kriegt er hier fast? Ja. Ja. Alter, das dauert aber lange hier. Da bin ich ja nicht wohnt. Ja. Wir werden nachher, wird das alles viel, viel schneller gehen. Achso, ich muss loslassen. Okay. 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 Okay, ich glaube, ich habe irgendwo gekriegt. Z. Okay, ich habe einen Punkt gekriegt. Warte mal. Coolness. Reflexer. Hier hätten wir auch vier von vier und so. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich würde da jetzt ja nicht... Lass mal Konstitution noch nehmen. Wie kann ich denn das... Warte mal. Wie kann ich denn das auswählen? Ach nee. Muss ja hier reinigen. Warte mal. Dann nehmen wir von Milchvernichtung. Verringert die Nachladezeit. Okay. Ich war hier oben noch nie gewesen. Chloe jedenfalls. Ich habe noch keine... Keine richtigen... Ich brauche hier Implantate. Fetzt. Jutti. Wir werden wieder auf dem Gamepad zurückgehen. Ach nee. Ist hier irgendwas? Naja. Hier findet man manchmal so schöne Dinger. Aber du findest halt auch den Tod, nicht? Oh, jetzt bin ich aber jetzt... Jetzt habe ich hier aber... Wo sind wir denn hier? Bringt uns das hier irgendwie weiter? Nee, hier kommen wir nicht hoch. Nichts versteckt hier. Fluchten Schweine. Warum nicht? Warum kann man hier nichts finden? Wäre cool gewesen, wenn man hier was findet. Warte mal, hier geht es auch noch höher. Ist ja gerade dunkel hier. Wisst du, was ich meine? Das ist ja... Wir können uns ja ein bisschen umgucken hier manchmal. Das ist ja... David Lane. Das ist ja... David Lane. So, da kommt unser Auto. Dann wollen wir mal zu Jackie, ja? All foods. Das ist eine gefährliche Gegend hier. Möchte man nicht als Frau hier alleine rumlofen eigentlich? Oh, wir sind ja schon vor Ort. Okay. Wartest du schon lange? Meine Mutter meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? No. Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bug? Habt ihr geredet? Ist up-to-date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbord bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ich hole. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Das wird nicht ganz so einfach. Wir reden von Maelstrom. Bei den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt und überlebt. Entweder du fickst, oder du wirst gefickt. Okay. Ab in die Höhle der Burgbestie. Moment noch. Warte mal, ich wollte mal... Okay. Sag Bescheid, wenn du so weit bist. Warte mal, wir konnten doch... Warte mal, warte mal, warte mal... Inventar... Wo finde ich denn das jetzt? Rucksack... Wo ist diese Ding? Was sieht das hier? Wo ist denn dieser Ship? Minitech-Chip... Minitech-Chip. Wieso kann ich denn den nicht... Ich dachte, man konnte noch nachträglich darin gucken. was ist der Ding meiner? Mh... hier kann man sie erwarten wusste gar nicht jetzt gerade erst hat die gesagt ich kann hier noch im nachhinein rin gucken und dann da irgendwie gucken datenbank die militech daten waren gewöhnlich aber ich kann hier mit nichts machen ich kann hier mit nichts tun kommen hier kann ich benutzen hier kann ich vergleiche hinaus wenn ich pocket aber irgendwas neue neue klamotten 51 hier 16 müssen mehr stoff dran deswegen messer haben wir nicht beziehungsweise haben wir aber was wird er benötigt mindest level 6 ach so mein level alles klar hier haben wir guck mal hier so hat da ist nix hat man die letzten zeit guckt gehabt mp granate hat haben wir hier für granaten hier haben wir brandgranate splitter granate nehmen wir die hier mal rein na dann reden wir mal mit den wichsern na gut klopfen wir bei ihnen an mal sehen ob sie aufmachen ich hasse diese cyborg wichser warum ausgerechnet die ach diese gang sind doch alle gleich nimm die valentinos die glauben an gott und die santa madre ihre bedeutet denen was du weißt was sie wollen wie sie es bekommen ohne scheiße kasselt kenne ich nicht wir wollen mit rois sprechen dex schickt uns auf traum wir warten schon wie gemütlich wähle nur noch ein paar warte mal was war noch mal was pflanzen oh ja wirken verdammt gut vorbereitet hab noch nie so eine gut gesicherte fressfabrik gesehen das muss ausrüstung vom konvoi sein sind sicher wie maden über rohes fleisch hier gefallen alles militech die psychoborg sind mit militärhardware im wert von millionen verkrommt das kann ja alter werden schläger was war da drin was kann man das machen hier kann man das machen hier ein militärklaster dachte diese cabrones hätten ein paar kisten abgegriffen nicht den ganzen verfickten laster wir nehmen erstmal alles mit weil wir finden warte wartet eine abgetragene hose aber ein grün ne ne aber besser so oh levelaufstieg daisy chan daisy chan an die personen mine schrappen hellschleuder mit zielerfassung wunderbar der zent jungen jungen was haben die hier alles cool bleiben die wollen uns nur einschüchtern naja ja in den fahrstuhl ihr scheiß lemminger warte wie ich komme cool bleiben cool bleiben wie denkt dran wir sind in ihrem terrain also was wollt ihr wir wollen royce sprechen business kram mr royce ist beschäftigt müsst mit mir vorlieg nehmen mein name ist dumm auf so far setzen ja 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 ich dachte schon du fragst nie pack deinen arsch aufs sofa wenn du keine kugel im hirn willst jack setz dich das nimmt kein gutes ende scheiße also gut na los entspannen wir uns hinzug was ziehst du schief so rein wie babypuder black lace da kommt man schwer ran muss eine gute quelle haben was bringt das steigert endorphin und adrenalin dass du keine schmerzen mehr spürst der trip ist so heftig grenzt am psychose haben konzerne ihren kampf einhalten verpasst während der konzernkriege cyber psychos schlucken das wie süßkram inhalieren reduziert das brennen ohne die effekte zu dämpfen komm schon versuch's mal jetzt können wir reden hier ist er der flathead modell mt 0 d 12 militech wird nicht danach suchen scheiß auf militech sollen sie es doch versuchen wir haben die seriennummer entfernt und alles mit unserer software entsperrt sobald er dir gehört gehört er echt dir ich muss ihn sehen nur zu ziemlich heißes teil dynamische thermaltarnung perfekte wahrnehmungsimmersion durch ravensteuerung aufgemotzte prototypantriebe aus einem titan vanadium aramid gemisch und sieh dir das an vollintegrierter link wenn die spinne die wände hochklettert und dann von der decke baumelt kommt einem das essen wieder hoch und was denkst du okay wir nehmen super zeug echt ja dann her mit dem geld bric hat es alles schon bezahlt bric hat es also ich seh bric fick hier nirgendwo du etwa bist du etwa taub machen wir einen neuen deal ha sehr guter geschäftssinn also gut du willst den flathead dann rück die eddies raus du hast die eddies für das ding schon bekommen also solltest du uns einen fetten rabatt anbieten rabatt fickt euch weißt du du hast gar nicht gesagt wer euch geschickt hat für wen ihr arbeitet wir arbeiten für dexter de shawne dexter de shawne der fettsack der wie beknackt halb pasifiker gefickt hat also ist er nicht tot hopp die missgeburt du bist tot hallo mother fucker bau du futzer du bist erstmal hier du bist erstmal hier du bin gleich wieder dabei du 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 abgeschritten so powerwaffen erlauben kugeln okay den bot und den kontroll du hast so eben ein kohle haben wir schon gehabt hier weg hier raus finde ich aber damals anders das lief irgendwie nicht so wie ich mir gerade vorgestellt habe ich sehe mich nach frischloch das ist nicht etwa die jahre sind hier naja wenn wir schon mal hier sind dachte jetzt gerade das fleisch das ist ein fertigungsband und ich dachte du liebst fleisch da richten marketing ach quatsch sie das war aber knapp warte mal hier war was wir haben hat ohne lila jacke hier ist auch etwas besser sehr gut eine neue hose noch irgendwas ich weiß ich habe noch punkte offen aber wir warten wir noch vorsichtig okay was kann ich hier machen Oh. Okay, das haben wir. So, 1C und dann BD. Okay, wo haben wir denn hier und da, okay. Installiert, Eisbrecher, Terminal verlassen. Gerissene Schlampe! Passt gut auf! Oh, wer überhitzt denn hier gerade? Fuck. Oh, was das? Du hast keine Ahnung, mit dem du dich anlegst. Okay, die haben sie ja da verschanzt gerade. So, was haben wir hier? Nachrichten, okay. Dateien. Nichts wirklich dabei. Komm raus. Wehen wir. Schiff, dreckige Penner. So will ich das sehen. Und jetzt, Schwatze! So, gegrillte Eier ihr habt heute. Okay. er war doch herr öffnen nachrichten dringend marketing 96 91 hallo ich dachte gerade ist abgestürzt der zünder ist scharf okay was solltet 96 91 gott das war eine verdammte ewigkeit sind irgendwie deinetwegen hier zack abholen die decks von dir gekauft hat solltet ihr mich befreien nur den bot abholen das klingt nach decks warst du lange da drin ein paar tage vielleicht ein paar loyale typen haben mir was zugeschmuggelt wollten helfen ross hat sie in den trockner gesteckt und mich zugucken lassen sieht aus als hätten wir deine haut gerettet du schuldest uns was ach mal langsam okay ich kümmere mich drum aber gerade ist es nicht schlecht wenn wir uns wiedersehen werde ich mich daran erinnern ist klar raus wir nehmen erstmal alles mit hier weil geld regiert die welt und man will ja auch ein bisschen was sich mal irgendwann leisten können ich hänge hier fest ich hänge hier fest so also druckisch ist Jetzt, Schwatze! Fuck. Dafür bezahlst du! Wie wär's mit euch, Max? Halt! Mensch, geh weg! Was hab ich jetzt gedrückt? Hilfe! Ich wollte doch hier eine völlig andere Taste drücken. Da haben wir mit mehr Tasten durcheinander. Achtung, die haben die Ganaschen! Aber auch die Portionale! Sehr gut! Sauber Rennung! Sind alle weg? Mit den Benen haben sie dabei hier, wa? Warte mal, hier ist noch umgehört. Drück ich denn hier die ganze Zeit, sag mal. Ach, das sind die scheiß Kameras, die mir hier noch sehen. Sauber Rennung! Oh, ist das die Schreiber? Der ist auch kaputt. Sie können dich sehen! Können sie doch! So, ist hier noch irgendwas? Ne, wa? Leise! Sonst entdeckert die uns! Schnell, verstecken! Na nu! Warum nimmt der denn das nicht? Warum nimmt der denn das nicht? Los, los, los! Wer ist denn wo, wo denn? Hä? Hä? Hier ist doch überhaupt keine... Als ob! Ja, dieses Spiel ist ja... Es ist ja immer richtig... Zeit, dass wir hier bald... nicht mehr auf die Schießerei angewiesen sind. Scheiß drauf! Hier ist nichts! Ich komm dich holen! Hier ist aber... Alter, ist der... Ach, das war's! Ja, ich glaub die Schien, wir schnappen! Hier ist ja auch hier. Sie sind aber hart, denn... Ich lass mich ja nach! Naja.... Holy sholy What are you doing? Stand up, the bishop! Help me! Where are you? I'm going to go back! Na ja, sauber, du. Ganz, ganz sauber. Ja, sauber. Was haben wir denn hier alles noch? Ist ja noch ein Roadnehmer. Technische Fähigkeiten, 4 von 6, verdammt. So, du musstest eigentlich alles so ein bisschen leveln und nichts so richtig. Dann hättest du vielleicht die Chance hier irgendwie was zu reißen. Können wir hier noch was machen, ne? Kommt man hierher. Lass da. Lass mir doch eine ganze Zeit hinterher und lass mich doch einfach mal gucken. So. Hauen wir uns mal hier so einen Cocktail in Rachen, wa? Nicht mehr weit jetzt, Chica. Fast am Ausgang. Cool, bleib in Wien. Der Feind schläft nicht. Los, 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 los! Dein guter Schuss, und das darfst! Alter, ich komm hier nicht mehr raus. Keine Ahnung, was du hier ablädst! Ich hab daneben schon. Haufen, schlappenschwänze! Habe ich mir die falsche Taste gedrückt? Alter, was? Oha! Ich mach' nichts! Jetzt lass uns hier verschwinden! Ah! Falls sich irgendjemand erwundert, ich spiele vielleicht. Aus dem Grund, um voranzukommen. Ich hab' den ersten Durchjagd damals, äh, auf Normal gespielt. Und hier war richtig Bambule gewesen. Dieser komische Typ hier, den wir vorhin umgebracht haben, den Chef hier. Ich möchte gern Chef. Der war dann hier nur so ein Kampfanzug oder irgendwie sowas. War voll, voll verrückt gewesen, weil... Ich hatte den, den Schippie eben von Militech, hatte die aber gewarnt gehabt. Da lebt er noch. Und deswegen, äh, bin ich noch ein bisschen verwirrt hier. Das ist alles ein bisschen anders. Oh, was hat man da? Ne große Knüfte. Ja, hier habt ihr zu viel. Ich glaube, Muni brauchen wir auch ja nicht mehr aufsammeln hier. Ja. Muni brauchen wir, glaube ich, nicht mehr einsammeln. Komm schon, wir. Lass uns verschwinden. Ah, Militech. Die haben diese Teile überall rumfliegen. Hinter dem Tor. Da können wir reden. Zusammenarbeit mit Meldstrom? Kann nie gut enden, was? Sieht aus, als hättet ihr zwei Glück gehabt. Was ist mit Stout passiert? Sie hat auf die Falschen gesetzt. Ihre Zeit ist abgelaufen. Ganz einfach. Kurz gesagt, du wirst sie nie wieder sehen. Wir sind fertig hier. Und drin wirst du kaum was rausfinden. Leichen sind etwas mundfaul. Du würdest dich wundern. Ich bin mir sicher, ich finde was. War mir ein Vergnügen. Oh Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Na klar, Mensch. Wir sind ein gutes Team, Jack. Das glaube ich auch. Ich bereue es jedenfalls nicht, mein Leben umgekrempelt zu haben. Das ist der süße Geschmack des Erfolgs, meine Liebe. Sag Dex, dass wir sein Spielzeug haben. Dann triff mich im Afterlife zum Feiern. Hi, Loigo, Wie. Alles klar. So, ruft Dex an. Wie sieht's aus, Miss Wie? Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Wie haben sie an? Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Also, hast du den Flathead mit Konzerngeld bezahlt? Nein. Dachte mir, dass ich die Addys selbst gebrochen kann. Hab mir nur den Bot geschnappt. Einfach so? Nicht einfach so. Mit bisschen Gewalt. Du hast was drauf, Miss Wie? Aber das passt doch so ein bisschen zu dieser Gang-Mentalität, die wir haben. Ah, okay. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay. Bin gleich da. Bis dann, Miss Wie. Alles klar. Haben wir geschafft, haben wir geschafft, haben wir geschafft. Sind wir für welche da? Militech. Okay. Gut. Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Wir sehen uns hier hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir den Q anziehen. und dann gucken wir mal, was passieren wird. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tülen. Bis dann. Vielen Dank.